Man kann auch sehr wohl am Wochenende Time-Block, Time-Blöcke einbauen, also das nimmt eben nicht weg von Dingen, die man gerne machen möchte, weil ja nämlich das Grundkonzept ist ja das, dass ich mir natürlich zuerst bewusst machen muss, was sind meine Ziele, was möchte ich quasi im Leben erreichen, möchte ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, mehr Zeit mit Freunden verbringen, wie wir es auch immer sagen, es ist Arbeit und Leben und darum geht es. Also ich muss ja zuerst mal das Gesamtbild für mich festmachen, wenn es ins Bild passt, dass ich dann vielleicht nicht nur bis 5.30 Uhr, sondern jeden Tag bis 21.30 Uhr arbeite oder im Büro bin oder vom Computer sitze, dann ist es ja okay, wenn das quasi im Lebensplan sozusagen drin ist, wie wir es ja auch immer sagen. Es spricht ja nichts gegen viel Arbeiten, aber man muss sich diese Trade-Offs, da muss man schon bewusst werden, was dann hinterher kommt und was er auch immer als sehr schönen Dreierschritt beschreibt, mit dem man vielleicht auch in das ganze Konzept besser hineinkommt, ist er hat quasi so drei Cs, es ist Capture, Configure, Control. Das sind so die drei Dinge, anhand derer man seinen gesamten Plan sozusagen erstellen kann. Das Capture ist genau das, dass ich mir erstmal überlege, was sind meine Ziele, was möchte ich erreichen, welche größeren Dinge gibt es, die mir überhaupt wichtig sind. Und danach geht es weiter mit, dann kann ich konfigurieren, in welchem Ausmaß es Dinge geben sollte bei mir sozusagen. Und das Control ist dann letztendlich dieser Time-Block-Schedule, wo ich das dann tatsächlich in die Praxis umsetze. Aber das Ganze ist eben eine positive Geschichte, also das soll einen unterstützen. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder erwähnen, dass dieses Disziplin, ja, ist vermutlich Deutsch und Englisch nicht der beste Begriff für sowas, aber wie du es gesagt hast, es geht eben darum, dass man sich anderer Freiheiten freischaufelt. Und das kann tatsächlich alles sein, ja, das können Filme sein. Wenn ich jeden Tag einen Film anschauen möchte, dann muss ich das in meinem Gesamtplan erstmal Capturen und dann kann ich quasi konfigurieren, wie das möglich ist. Vielen Dank.